Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Video. Heute spielen wir Rocket League. Ich möchte ein paar Sachen sagen zu dem neuen Update, was mir gefällt und was nicht. Und dabei macht mir ein kleines Spiel. Also ich möchte einfach mal meine Meinung kurz dazu sagen zu dem Update, weil... Persönlich, ich finde das Update ein bisschen... Nicht gut, weil... Es sind zwei, drei neue Items gekommen, aber die machen für mich das Spiel einfach nicht besser. Also so... Neue Krono oder so, aber... Mehr ist eigentlich auch nicht. Also... Meine Meinung... Ähm... Das Update wurde... Sehr verschlechtert. Ich fand das Ranking-System... Entschuldigung... Ich fand das Ranking-System... Besser früh. Ich weiß, man kann irgendwie noch Liga aufschränken, aber... Ich finde das jetzt irgendwie... Komisch gemacht, weil... Jetzt gibt es Ligen. Wenn man es hier sieht, ich bin jetzt Liga-Null, weil ich... Das Update ist gestern runtergeladen. Alter, vor war ich... Ähm... Ihr habt es manchmal gesehen, ähm... Also Gold 1 oder so. Ja, Gold so. Aber jetzt bin ich gar keinen Rang mehr, weil... Es gibt jetzt Ligen, aber... Ich fand dieses Rang-System eigentlich schon sehr gut und es hat auch alles gut funktioniert. Jetzt muss man wieder alles neu aufsteigen. Gott, ich treffe den Ball nicht. Ja, und... Man kann jetzt auch nicht mehr richtig mit Rang spielen. Oh Gott, es ist so schwer zu reden und gleichzeitig gut zu spielen. Uiuiui. Ja, er hält ihn. Man kann nicht richtig Rang spielen. Manche Spielmodus sind einfach gesperrt. Wegen der Season, aber... Gott, ich treffe den Ball überhaupt nicht. Ich habe so lange kein Rock-E-League gespielt. Weil... Es ist einfach verschlechtert worden. Nein. Der Schuss. Nein, nicht so. Nein. So. Also für mich hat sich das Update... Hätten sie ruhig verzichten können. Ich weiß, jetzt gibt es so Kronen irgendwie... Ich bin hier, man ist... Aber ich mag es einfach nicht. Ich fand das... Oh mein Gott, alter Mensch. Bin ich geliebt oder so. Das als System fand ich einfach besser. Und meine Meinung noch allgemein zu dem Spiel. Es hat sich gelohnt. Aber wenn das Update bleibt, ich weiß es ja nicht. Oh cool. Es kann sein, dass es wieder so wird wie Alten hier, seht ihr das. Hier alles weg. Meine ganzen Ränge. Das finde ich nicht cool. Das finde ich nicht cool. Das ist nicht überhaupt nicht cool. Und meine Meinung zu dem Spiel, es lohnt sich es zu holen, aber man muss auf so einem Liga stehen. Und Autos, so Vielfalt, gibt es halt nur viele, wenn man die LCs holt immer. Sonst viele Items gibt es jetzt auch nicht. Also so Upgrade, nicht Upgrade so. Optik Tuning manche jetzt damit. Da zum Beispiel das rote Ding da, was er auf dem Kopf hat, gibt es jetzt aber. Nee. Ja. Geil, Digga. Geil, Digga. Ich hab's jetzt einfach schnell abgekürzt. Was, ich schreibe, geil und es wird zensiert. Das ist euer Ernst. Ja, und ich gucke, ob ich heute noch, ach du Kacke, noch ein paar Runden aufnehmen kann. Tut mir sehr leid, dass gestern keine Videos gekommen sind. Ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Aber, es war ein Tag, jetzt kommen wieder Videos, ganz Zeit. Oh, ja, ja, ja. Und das war meine Meinung zu dem Spiel. Also, ich weiß nicht, wie ihr es findet. Entschuldigung. Sorry. Oh Gott, weil ich keinen Fuß habe, man. Und der ist nicht drinnen, zum Glück. Manchmal hätte ich mich ein bisschen aufgeregt. Sorry. Oh mein Gott, wenn der jetzt auch, kacke. Oh man, okay, die Runde ist jetzt nicht so gut, seht ihr. Aber, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Update findet, wenn ihr selber Rocket League Spieler seid. Und der zeigt mir, dass ich gerade, oh Deger, wenn ich nicht der Beste bin im Moment, weil ich habe einfach das Spiel ein bisschen länger nicht gespielt. Ich war mit Need for Speed beschäftigt. Oh mein Gott. Nein, Leute, 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 Leute. Ich mache auch noch die Runde zu Ende und dann war es das auch für den mit dem Video. Ja, wir verkacken übels, weil unser Team hat einfach nichts macht. Ja, er steht da auf Karom. Läuft bei ihm irgendwie so gar nicht. Also er mal gerade gerufen und Ding. Muss jetzt aufräumen oder essen kommen. Ja, wenigstens hält der Bälle. Ja, geil, Alter, ich kann das so nicht alleine hier machen. Ja, dann kickt der mich noch weg, Mann. Bewegt dich. So, danke, Alter, danke. Gerade wo wir noch ein Tor kassiert haben. Ah, haha. Er macht ihn rein. Ich weiß, ich habe ihn reingemacht, aber... Ah, Leute. Guckt euch das Video gar nicht mal an. Die Bewertung ist fertig. Lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, was euch sicher nicht getan hat, weil ich spiele wie ein Krippel. Jetzt nicht gegen ihn, aber er ist im Tor, aber er hält keinen einzigen Ball oder trifft keinen Ball. Weil ich treffe auch nicht die Bälle im Moment, weil er trifft sie ja noch weniger. Und das muss schon eine Leistung sein, Leute. Ihr unerkegt mich schick. Koch, ich muss mir die Bälle selber spielen. Allerdings geschissen kriegt. Und ich finde sehr geil, Leute, dass wir jetzt die 20 Abonnenten geknackt haben. Also, danke an die 20. Person, die mich abonniert hat. Nein, ich habe die falsche Richtung gedrückt. Oh nein, oh Gott. Oh, je, 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 je. Guter Schuss. Manu Hulk. Falsche Richtung, Kollege. Oh mein Gott, wenn er nicht... Nee, nee. Das wäre Epic-Shot, wenn der reingegangen wäre. Oh Gott, ey, Leute. Nee, 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 Leute. Alles geplant. Das war angetäuscht. Kenny die Schöße nicht. Angetäuscht. Ja, ich treffe es selber die Bälle nicht. Aber trotzdem muss er mich noch nicht ganz weit wegkicken. Ach, Gigi, ja. Das Spiel ist wirklich nicht das Beste. Und ich werde auch noch ein Ankündigungsvideo machen, dass Nom Nom Galaxy das Let's Play abgebrochen wird, weil... Ich gebe mir manchmal echt viel Mühe irgendwie da... No, mein Gott, Alter. ...eine nice Folge hinzulegen, also... ...so ein Kommentarziel irgendwelchen Neusand zu finden. Und es gucken sich einfach zwei oder drei Leute an. Und das möchte ich einfach nicht, deswegen... ...wäre ich das Let's Play beenden. So. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich drüber freuen. Und dann sage ich wie jedes Mal nur noch... Ciao. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.